Moin Leute, wir sind's, Gunter Gabriel ist raus, der liebe Gunter, das ist der einzige Star, der da drin ist überhaupt, ich find den Typen so hammer, ne, Maximilian, Gunter, äh, Gunter Gabriel, du bist echt hammer, ähm, und, äh, wenn du mal einen Song brauchst oder einen Hit oder sonst was, komm in mein Studio, dann produzieren wir was zusammen, ne, Maximilian, bist du auch dafür, ne, der Gunter, du hast doch lustig mit der Gitarre, ne, kennst den doch, den Gunter. Ja, Gunter, Gunter, Gabriel ist raus, leider, nach eigenem, oh, schade, ne, oh, ja, das war doch süß, wie, süß, ne, Gunter war süß, genau, meine Frau findet auch, Gunter, äh, du bist süß, aber nein, Gunter, schade, dass du raus bist, weil du hast die Sendung zum Leben gebracht, überhaupt, und, äh, ja, ja, genau, was, der hat mich doch nicht zum Leben gebracht, doch, deswegen war's. Sophia von Wollersheim, die erzählt doch viel witzigere Geschichten, nein, aber Gunter, Gunter, ich hatte noch nie eine Frau, das ist Mänderis.